Also hier sind die drei kleinen Hunde von der Valentina, sie sind 40 cm circa, die weiße ist die größte, noch die größte von allen, die anderen zwei alle circa schon kastriert, circa sechs Monate alt, sieben Monate alt, haben ein bisschen was vom Chef und wohnen hier jetzt bei der Johanna und sind relativ dringend, weil die lernen hier gar nichts, außer sich irgendwie nicht gut zu entwickeln, auch wenn sie hier das beste Futter der Welt haben, Pasta ohne Ende und faschierten Trothorn, einfach geräuschen. Hier haben wir noch einmal die drei kleinen Mädchen, ah ja, das hier ist der Rüde, der braucht auch ein Platz, der heißt Jerome, er ist auch circa sechs Monate alt und sucht auch ein Zuhause.